In diesem Video möchte ich einmal über Ladeluftkühler sprechen. Was macht so ein Ladeluftkühler? Er verdeckt meinen dicken Bauch. Ein Ladeluftkühler ist, wie der Name schon sagt, dafür da, die Ladeluft zu kühlen. Das heißt, die Luft, die vom Turbolader zum Motor befördert wird, nachdem der Turbolader die Luft komprimiert hat. Komprimierte Luft, beziehungsweise der Effekt des Komprimierens, erzeugt eine Erwärmung der Luft. Und man sagt im Groben und Ganzen immer so, ein Bar Ladedruck heißt 100 Grad Ladelufttemperatur. 100 Grad Ladelufttemperatur, haben weniger Sauerstoffanteil, erhöhen die Temperaturen im Verbrennungsraum etc. Ist also nicht cool. Deswegen muss Ladeluft gekühlt werden. Ganz früher gab es Turbomotoren, die sind auch mit relativ wenig Ladedruck gefahren, die gar keine Ladeluftkühler hatten. Da brauchte man einen Ladeluftkühler sozusagen im Tuning-Effekt, um dann eine kühlere Luft zu haben und mehr Leistung haben zu können. Und die späteren Turbolader oder Turbomotoren und auch Fahrzeuge heute haben natürlich alle Ladeluftkühler. Was macht man da, wenn man tunen möchte? Man verbaut einen größeren Ladeluftkühler. Wo die Unterschiede sind bei diesen ganzen Ladeluftkühlern, wo es technische Unterschiede gibt, worauf zu achten ist, werde ich jetzt einmal nach und nach erklären. Wir haben zunächst hier einen klassischen Luft-Luft-Ladeluftkühler. Was bedeutet Luft-Luft? Bedeutet, die Luft, die Ladeluft geht in die Anschlüsse rein, kommt auf der Seite wieder raus und der Ladeluftkühler hängt vorne in der Front des Fahrzeugs und wird von dem Fahrtwind, also die Luft, die hier durchzieht, gekühlt. Das funktioniert relativ simpel. Die Luft geht hier rein. Hier sieht man diese kleinen, feinen Kanälchen. Da geht das durch. Da drin sitzen Turbulatoren, wonach öfter mal gefragt wird. Das sind kleine Bleche, die seht ihr hier nochmal, die praktisch dann die Wärmeableitung erzeugen. Und ja, die Wärme geht auf das Material. Das Material wird heiß, die Außenluft kühlt das Material wieder und wie die Luft dann hier so durchwandert, wird das immer kälter und immer kälter und immer kälter und kommt dann hier wieder kühl hinaus. Als Pendant zum Luft-Ladeluftkühler gibt es noch den Luft-Wasser-Ladeluftkühler. Das ist dieses schicke Sticke. Wenn man sich das anguckt, sieht man erstmal natürlich bei dem Ding geschlossenen Kasten. Wenn man hier so ein bisschen reinguckt, ich zeige das mal hier oder auch hier, dann sieht man hier drinnen ist auch das Netz, genauso wie es hier ist. Und dann geht die Luft genauso hier den Anschluss rein, aus dem anderen Anschluss wieder raus oder halt wie hier auch rein. Und kühlen tut jetzt nicht der Fahrtwind von hier vorne, der jetzt hier gegenkommt, sondern kühlen tut hier Wasser. Das Wasser kommt hier rein, geht hier wieder raus und muss dann über einen separaten Kühler, kann man super einen Ölkühler für benutzen, dann wieder irgendwo im Fahrtwind sitzen und dann wird das Wasser durch den Fahrtwind gekühlt. Jetzt kann man natürlich, wie bei Motorsportfahrzeugen, dann auch Trockeneis nehmen oder was es alles so gibt, um eine kühle Flüssigkeit zu erzeugen, die hier durchgeht. Wann benutze ich einen Luft-Luft-Kühler und wann benutze ich einen Luft-Wasser-Kühler? Ich sage immer prinzipiell, den Wasserkühler nutzt man häufig bei Heckmotoren. Wenn ich nicht so viel Einbauplatz in der Frontschürze habe, wenn ich Fahrtwind brauche, um andere Sachen wie den Wasserkühler oder Ölkühler, zu kühlen, immer in schwierigen Einbausituationen. Ich persönlich tendiere immer dazu, den Luft-Luft-Kühler als Basis zu benutzen, wenn es denn immer möglich ist. Sind die Ladeluftstrecken zu lang, wie bei einem Heckmotor oder sowas, dann funktioniert das in der Regel sehr selten. Dann geht man auf den Luft-Wasser-Kühler oder Wasser-Ladeluft-Kühler. Bei den Wasser-Ladeluft-Kühlern gibt es an sich nicht so viele Unterschiede von Netzvarianten etc. Es gibt Hersteller verschiedene, es gibt verschieden gute Hersteller, keine Frage. Und ansonsten geht es eher so ein bisschen nach den Einbaumaßen, nach dem Volumen, für welche Leistung etc. Dazu komme ich dann später nochmal. Aber es gibt nicht viel Unterscheidungsarten in den Arten der Wasser-Ladeluft-Kühler. Hat was mit dem Kühlmedium zu tun etc. Bei den Luft-Luft-Kühlern ist es so, dass es zwei große technische Unterschiede gibt. Und zwar gibt es die Fin-&-Tube-Ladeluft-Kühler und es gibt die Bar-&-Plate-Ladeluft-Kühler. Das sind englische Begriffe, die so ein bisschen schwer zu übersetzen sind. Fin-&-Tube-Ladeluft-Kühler sind praktisch nicht Flossen, sondern halt diese Lamellen des Ladeluft-Kühlers. Und Tube bedeutet eine Röhre. Das heißt, diese abgerundeten Kanäle, die man hier sieht, sind praktisch langgezogen in Röhren. Und durch diese Röhren geht die Luft durch. Die werden vorher in Form gebracht und werden dann praktisch nur noch zusammengesetzt, in dieses Kastenprofil reingeschoben und zum Schluss verschweißt oder verlötet, je nachdem welcher Prozess da gerade ein Thema ist. Diese Fin-&-Tube-Ladeluft-Kühler können filigraner gefertigt werden. Das Material ist dünner und feiner. Und damit ist ein Wärmeaustausch deutlich schneller möglich. Das heißt, so für Anwendungsbereiche wie Fahren auf der Straße, mal schnell, mal langsam etc., ist so ein Fin-&-Tube-Ladeluft-Kühler aus meiner Sicht der ganzen Sache der deutlich effizientere und bessere Ladeluft-Kühler. Der Bar-&-Plate-Ladeluft-Kühler, das sieht man hier, basiert auf dem Prinzip, verschiedene Platten zu haben. Der hat auch diese Kanäle drin. Nur die sind nicht als Röhre, sondern die sind mit Platten gefertigt. Und wenn man insbesondere mal hier von der Seite guckt, dann seht ihr, wie dick diese Kanäle sind. Also diese Teile sind einzeln reingelegt, die Lamellen sind einzeln reingelegt, dann sind die hier wieder einzeln reingelegt. Das sind immer diese, eine Platte und so eine Barre, also wie man auch immer das mal auf Deutsch übersetzen möchte, dann immer an den Endstücken. Der Effekt bei diesen Ladeluft-Kühlern ist, dass die sehr robust sind, sehr stabil sind, also nicht sehr anfällig gegen Steinschläge etc. und dass sie sehr lange Wärme oder auch Kälte speichern. Das Gute bei diesen Ladeluft-Kühlern ist, wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Fahrzeug hat für die Autobahn oder wenn man auf der Viertel- oder Halbenmeile fährt, dann ist dieser Ladeluft-Kühler, zum Beispiel jetzt sagen wir mal bei einem Viertelmeilestart, am Anfang kühl, weil der Motor macht ja keine Leistung. Und bis man diese Viertelmeile, im Idealfall unter 10 Sekunden, überschritten hat, dann ist dieser Ladeluft-Kühler immer noch relativ kalt gehalten und kühlt deswegen die Ladeluft, die kurzfristig kommt, besser. Er wärmt sich aber über die Zeit auf und braucht dann wieder viel Wind, um sich abzukühlen. Und da ist dann wieder der Effekt auf einer Autobahn, funktioniert das Ganze sehr gut, dann hat er schönen kalten Fahrtwind. Im Straßenverkehr oder auch auf kurzen Rennstrecken würde ich persönlich nicht den Bahnplate-Ladeluft-Kühler verwenden. Empfehlen würde ich auch die Bahnplate-Ladeluft-Kühler bei hohen Ladedrücken, das heißt so über 2, 2,5 Bar dauerhaft. Dadurch, dass das Material dicker ist, sind die deutlich standhafter bei entsprechend hohem Ladedruck. Häufig kommt die Frage, welcher Ladeluft-Kühler kann wie viel Leistung? Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil es hängt halt, wie wir gerade schon hatten, stark davon ab, wo das Fahrzeug fährt. Wie viel Fahrtwind hat das Fahrzeug oder beziehungsweise wie viel Fahrtwind bekommt der Ladeluft-Kühler ab, um zu kühlen. Und dann geht es noch so ein bisschen darum, wie viel Volumen hat der Ladeluft-Kühler etc. Und dann ist auch die Frage, schafft er die Leistung im Sinne von, wie viel Luft geht dort durch? Oder schafft er das, die Luft, die dort durchgeht, noch gut zu kühlen? Die Leistungsangaben bei Ladeluft-Kühlern sind meistens immer aufgrund des Volumens des Ladeluft-Kühlers. Daran kann man sich orientieren, versteift euch aber bitte nicht auf diese Angaben. Ganz grob kann man sagen, baut so viel Ladeluft-Kühler rein, wie ihr Platz habt. Umso mehr Fläche, umso besser. Tiefe erst dann, wenn Fläche nicht mehr geht. Und dann seid ihr auf der richtigen Seite. Verliert ihr Ansprechverhalten, was euch nicht gefällt, dann geht mit der Größe des Ladeluft-Kühlers wieder ein bisschen runter. Im Zweifel fragt einfach bei uns nach. Ein weiteres Thema ist die optimale Bauform des Ladeluft-Kühlers. Und da ist es relativ einfach zu sagen. Am simpelsten ist, Luft auf der einen Seite rein, Luft auf der anderen Seite raus. Umso höher der Ladeluft-Kühler ist, umso schwieriger lässt sich das verteilen. Und da haben wir Hersteller, verschiedene Hersteller, haben dann hier nochmal Bleche eingebaut, bei großen Ladeluft-Kühlern, die das Ganze nochmal ein bisschen teilen. Also wo die Luft dann hier schon geteilt wird und auf das Netz verteilt wird. Aber im Groben und Ganzen gerade rein und wieder raus reduziert den Gegendruck. Gegendruck heißt Ladel-Druckverlust, heißt Turbolader muss mehr arbeiten und hat die einfachste Form. Oft geht das aber nicht, dass man einfach nur dieses Prinzip verwendet. Oft muss man bauartbedingt ein paar andere Varianten verwenden. Dafür haben wir eine verschiedene Ladeluft-Kühler, eine riesengroße Auswahl dafür auch, verschiedener Hersteller, verschiedener Formen etc. Man sieht das hier auch an dem Wasser-Ladeluft-Kühler, der geht halt hier rein und da raus. Das sind verschiedene Varianten, die es gibt. Aber für die Varianten, die es nicht gibt oder die besonderen Bereiche, wo ihr einen Ladeluft-Kühler verbauen wollt, gibt es nochmal einzelne Netze bei uns. Es gibt einzelne Kästen, es gibt einzelne Anschlüsse zum Selberschweißen. Wer gut Alu schweißen kann, wer es nicht kann, kann auch aus den Teilen bei uns anfragen, dass wir einen Ladeluft-Kühler fertigen. Wir können eigentlich nahezu alles realisieren, was Sinn macht. Versucht es aber immer so zu gestalten, dass die Ladeluft einfach durchgeht und nicht über irgendwelche Winkel, Ecken etc. Das ist meistens kontraproduktiv. Ich denke, ich bin jetzt mit den wichtigsten Punkten einmal durch. Ich hoffe, es hilft euch, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare, sendet uns eine E-Mail. Wir helfen euch gerne weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, zweimal den Daumen nach unten. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch die zukünftigen Videos zum Thema Motor und Tuning anschaut.